Ok, das hatten wir auch schon. Neue Ware und Amanda. Michael, ich bin sehr froh, dass wir wieder zusammen sind und es läuft nach allem, was wir durchgemacht haben. Konnte ich meine Familie nicht einfach aufgeben. Ja, du bist unausstehlich und du wirst dich nie ändern, aber ich schätze, wenn die Zeit gekommen ist, will ich dich als deine Frau beerdigen. Hör auf, mich zu betrügen, hör auf, mit diesen Leuten rumzuhängen und hör auf, dich in diese Schwierigkeiten zu bringen, in die du dich immer bringst. Sei einfach wieder das fette, deprimierende Schwein in Therapie, das ist so sie Liebe. Okay, mach das Beste aus dir, das sagen sie bei ListenIn. Also los. Oder mach irgendetwas Positives, es sei ein Vorbild für die Kinder. Ein besseres Vorbild. Hör zu, ich glaube, wir müssen dringend das Haus renovieren. Nichts kostspieliges. Eine einfache Entkernung, das dürfte unserer Beziehung gut tun. Entweder das oder kauf ein Haus am Strand. Und ich glaube, das Meer würde sehr beruhigend auf dich wirken. XOX. Meine geliebte Frau. Du und ich werden weiter unser Bestes tun, aber noch ist eine Renovierung oder ein Haus am Strand nicht drin. Bitte. Kümmern wir uns erstmal darum, die Kinder aus dem Haus zu bekommen und eine richtige Arbeit zu finden. Alles klar. Alles klar. Tracy. Klar, klar, helf mir, Tracy. Okay, warte da. Er hat mich in meinem Auto, also wir fahren uns um, und du kannst ihn sprechen, wenn er zeigt. Oh, ja, wir sprechen. Oh, ja, wir sprechen. Oh, duhst du nicht, du stehst? Oh, ja, wir sprechen. Ansonsten wisst ihr es jetzt einfach. Ähm. Und, ähm. Ja. Finde ich ziemlich fett und ich muss noch schauen, wo die U-Bahn alles lang geht. Und muss, ja, wie gesagt, schauen, dass ich die richtig mache. Und die gut aussieht, auf jeden Fall. Daddy, wo, wie, was? Steig in Traces Auto. Wieso soll ich in dein Auto steigen und ich in mein Auto? Geh, geh, find' ihn. Hm? Wir sollten versuchen, ihn in Hawaii und Schnee für ihn. Machen wir. Nein. Wir suchen einen Mann in einem purpleen Konvertible. Ich weiß nicht, was er macht. Okay, ich werde einen Augenblick. Danke, Daddy. Hey, woher kann man das? Ich meine, außerhalb, als... Ist er hier? Nein. Nein, das ist nicht rum. Wir sollten versuchen, den Motel aufzunehmen, der große Konstruktion. Wo hast du diesen Mann getroffen? Uh, bei einem Anzeichen? Wenn du Anzeichen? Was hast du Anzeichen? Ein Blatt-Tischer? Du solltest nicht nehmen, wie dein Bruder. Du siehst? Nein. Ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir nach dem Kluck und Bell. Rockford Plaza. Ich bin ein Mann. 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 Ich bin nach dem Körner und zurück nach dem Schluck, nach dem Schluck, nach der Schluck. Schluck. Meine Baby-Girle sind ein Celebrity. Mit ihrem eigenen Stalker. Du hast endlich getan, Dad. Du hast deine Kinder in Rockford-Hills. Was ich gedacht? Es ist unglaublich, dass du so gut bist. Ah! Ein Blatt-Tischer, das ist er! F***! Er ist zu dir! Los geht's! Uh! Irgendwie aufhalten. Ah, alles klar. Natürlich mit... Oh, sch***, Alter. Oh, sch***, Alter. Oh, sch***. Oh, sch***. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Hey, hey, hey! Das ist nicht ich! Nicht mehr. Wir müssen mit ihm sprechen! Ich kann nicht warten, Dad. Ich trinke nichts mehr. Ich muss ihn holen, Dad. Ich kann nicht so leben. Ich muss ihn holen, Dad. Was leben Sie so? Ich kann nicht aus dem Haus gehen. Ich kann nicht online gehen. Und wie find du dich auf der Welt? Ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... ... und jetzt... Ja, die Kinder haben ihn zu verbrechen. Ich hab hier überlegt, soll ich ihn umbringen oder nicht? Aber ich glaub, hätt ich nix gemacht, hätte sie auch, äh, gemeckert. Das war infinitisch mehr persuasiv. Ich sollte niemals dich nennen. Schau, es gibt viele Sickos da draußen. Ich kann nicht die Chance nehmen. Ich weiß, es gibt Sickos da draußen. Mein Vater ist einer davon. Er bleibt locker, ist auch nix passiert. Ich bin nicht perfekt, aber ich liebe dich. Ich glaube, er hat mich wirklich schraubt, aber ich... Ich weiß nicht, was? Dann pretend es nie passiert. Ich versuche nicht zu denken genau, was... Du... Du... ...douche! Was ist das, was deine kreative Ausstellung erinnert? Okay, das stimmt. Denial funktioniert für mich. Gut, das ist meine Frau. Jetzt, bitte, versuche ich besser zu machen. Wir haben mit diesem Wahnsinn gewonnen. Du musst nicht wie ein Maniak fahren. Ich bin ein bisschen entschuldigt, okay? Ich muss mich aufstehen. Vielleicht schraubt und schraubt Menschen, und schraubt überall auf dem Ort, ist nicht der beste Weg, um zu relaxieren. Ich sage nur, Hashtag... Maybe it's the quickest way to get somewhere where I can relax. Where? The grave? Death row? I know what I'm doing, baby. Just calm down. I think you're the one who needs to calm down, you maniac. No wonder I need medicating. No, I just can't. Thanks, Daddy! Bye! Bye! Das war gar nichtрост. Das war ganzarm zu machen. Das ist alles gut, was ich zu sagen Ich habe das nicht zu sagen. Oh, was ist wirklich das? Und wir müssen die Sterne anrufen. Wir müssen die Sterne anrufen. rufen oder sich nicht als fluchtfahrzeug wieso nicht bist du irgendwie böse ist das dein ernst schön dass du noch lebst ich habe mich mit marmer reden aber sie ist voll angepasst weil ich jemanden date er total der total genau richtig für mich ist ich schwöre es er stark zöger und schauspieler und richtig erwachsen er ist schon was älter aber du wirst ihn lieben bin voll aufgeregt trace bitte sei vorsichtig ich liebe dich geht machen wir passen schön auf sie auf damit sie nicht wieder so ein unfick macht und das ist nämlich gar nicht gut ups wir sind voll die geilen autos wir kommen hier mit so einem scheiß mini oder so hallo 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 gut zu sehen slik devon was machst du hier es ist vorbei michael du hast gut du hast diese blöde lang genug zu helfen um zu helfen eine fantastische schutzpagung wenn der plug ist schutzpagung ich liebe dich du bist wie mein schutzpag jetzt wo ist solomon schutzpagung 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 der letzte dinosaurie in der Stadt wird fosiliert was du sprachst was du sprachst schutzpagung schutzpagung es ist eine brillante Sache und es ist alles dankbar zu dir und Molly für die Details der die schutzpagung michael sie sind uns die 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 unsere die wieder schutzpagung schutzpag wdest du schutzpagung schutzpagungen schutzpagungen im flieg zyg pf 25 Namaste. Kann ich den Film jetzt, Herr Richards? Mein Flugzeug verlässt in 25 Minuten. Wir können nicht etwas machen. At least, lass mir die Bildung. Dann fangen wir die Platz an. Ich bin Angst, dass unsere Zeitdämpel nicht ermöglicht hat. Tschüss, Herr Richards. Wo ist sie denn mit dem Film? Sie ist die einzige Kopie auf dem Meer. Einmal gut und diskret. Anallog. Gott, es hat seine Komplikation. Michael, kannst du etwas tun? Nein, er kann nichts tun, Junge. Es ist eine Verwaltungsmöglichkeit. Meine Wrau hat mit einem Yogi verabschiedet. Und jetzt bin ich mit einem Yogi verabschiedet? Fass dich das! Ich bin ein Produzent. Niemand schweigt mit meinem Film. Okay, okay. Die Flugzeugung. Der ist zu langsam. Wie, er ist zu langsam? Wir nehmen den hier. Oder? Nee, wir nehmen den da links neben. Wir konnten uns nicht entscheiden. Mach der auf. Willst du aufmachen? Fick dich. Dann fick dich doch. Dann halt nicht. Ja? Eben Platz machen. Platz machen. Slick, du denkst nicht. Hey, ich bin ein Produzent. Ich produziere die Gäste. Nicht so, Slick. Denk. Sie hat einen Polizistik. Sie ist auf der Weg zu meinem persönlichen Hanger. Die Sicherheit im Airport funktioniert für mich. Ich will nur den Film zurückbekommen, bevor sie etwas falsch macht. Molly ist sehr stark. Sie wird nicht stoppen und reden mit einem derartigen Körner, die sie nach ihr schweigen. Das ist nicht so, wie ich bin. Heute? Schau, ich will nicht jemanden verhören. Ich will nur meinen Geist. Slick dich und benutze dein Geist. Die Spaßzeit ist vorbei. Nee. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Wir werden schon keine Probleme kriegen. Werden wir so oder so nie. Oh, shit. Ich kann einfach nicht fahren, ne? Das ist so unglaublich. Ampeln braucht eh keiner. Können alle weg. So, 900 Meter noch. Neun undert Meter noch. Dann holen wir unseren Film endlich wieder ein. Und versauen der Molly mal ein bisschen die Party. Was ist sie da? Schau, es gibt keine Probleme, die Panik. Die LSBD-Arhita hat dich zu den Hager. Das ist nicht so gut. Nein. Nein. Es gibt keine Probleme, die Radikamente fahren. Bitte, schau sie auf. Glaubst du, ich kann die Dinger da ausschalten? Keine. Müsste gehen, oder? Boah, alter Vater. Alles klar. Oh, shit. Lol. Lol. Was passiert mit dem da? Egal. Jetzt hab ich sie... Boah. Alter, Junge. Was ist los mit denen? Sie fährt hier jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit im Kreis. Alter Junge. Na komm. No, no, no! Oh, oh. Stopp your car! Stopp the car, lady! Stopp your car now, Michelle! Die Polizei ist also nicht auf... ...auf der positiven Seite. Äh, der Mann ist ein Mörderer! Er will mich töten! Äh, ja. Stopp him! Stopp him! Er ist ein Mörder! Lady, du brauchst einen Freund! Ich bin nur ein weißen Kriminein, aber er ist ein realer Mann! Hey, hey, hey! Geh, ich bin nicht! Stopp! Oh, stopp! Nein! Alter, Vater. Jetzt müssen wir mal eben... dafür sorgen, dass wir nicht sterben. Ich muss nicht sterben. Bring die Cops ab. Wie denn? Ah, mit dem... ...mit dem Flugzeug. Ich weiß es. Das ist das, was du für mich bekommst. Komm. Komm. Mach. Flieg! 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 Das wird knapp. Das wird knapp. Boah. Das war knapp. Boah, unser Triebwerk wäre auch beinahe ausgefallen, ne? Krass. Oh, es raucht immer Schwärzer. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh. Es fällt so langsam aus. Mir ist es jetzt ausgefallen. Scheiße, Alter. Komm schon. Überleb noch ein bisschen. Überleb noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Das sieht voll nach links. Oh. Komm schon. Wir kriegen das Sonopor irgendwie gelandet. Gut. Rechtliche Schwierigkeit. Also wir machen das wie folgt. Ja. Fahren jetzt. Fliegen jetzt nach da. Ich liebe dich mal, Tony. Aber es gibt nichts zwischen uns. Jetzt, dass ich weiß, dass du dich magst. Wir machen das jetzt? Ich habe gerade gesehen, dass Devin Weston's legal counsel getrennt in einen Jett-Inger. Oh, die Molly-Woman? Oh, Gott, das ist schrecklich. Du hast keine Ahnung. Sie panisch. Went crazy und ran into es. Aber ich habe die Sprache. Wir haben noch ein Film. Du glaubst das An-Log-Ding? Es ist alles digital. Wir haben Back-Up-Sie alle. Ich meine, wir fangen auf dem Green-Screen. Du könntest mir sagen. Ich bin sorry. Schau, ich dachte, du wusste. Die E-Dition ist knappe fertig. Und wir müssen es rauskennen, bevor sie uns wiederhörten. Ich habe eine Premiere-Premiere. Das wird sie von uns verhörten. Eine Premiere? Für Meltdown? Okay. Kannst du meine Familie bitten? Sie können endlich etwas für mich zu erinnern. Natürlich! Es ist bereits auf der Weg von Kurier. Ja, okay. Scheiße. Ich werde bereit sein. Es war... ein amerikanischer Gewalt. Der Filmclub. Obviamente. Start! Schau! Scheiße! Komm schon! Du hast mich an so'n scheiß kleinen Ast verreckt. Du willst mich verarschen, ne? Ich glaube, selbst Michael hat nicht gedacht, dass das klappt. LOL. Okay. Alles klar. Fluchtfahrzeug. Den Ort telefonisch durch. Alles klar. E-Mail. Keine Sorge, wir haben Schluss gemacht. Der war in den Arsch. Alles klar. So, dann würde ich aber auch sagen, das war's für heute wieder. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Ne, übermorgen bei der nächsten Folge. Und dann werden wir ein Fluchtfahrzeug organisieren. Und ein Feuerwehr-Auto. Bis morgen. Äh, bis übermorgen. Macht rein. Ciao. Bill. Hallo. Ich bin ein Feuerwehr-Auto.